Diesen Augenblick hätte er fast verpasst. Sam Eisinger ist DSDS-Sieger 2023. In der 20. Staffel hat er sich gegen seine Konkurrenz durchgesetzt. Nun stehen viele Termine für den neuen Superstar an, wie der Musikvideodreh zu seinem Gewinner-Song, Don't Let Me Go. Doch all die Momente hätte er fast nicht miterlebt. Der talentierte Sänger wollte vor seiner ersten Live-Show alles hinschmeißen. Einige Stunden vor der ersten Live-Show starb Sams Vater. Dies veranlasste den Sänger, die Sendung fast abzubrechen. Es war für mich keine Option hinzuschmeißen, obwohl ich hinschmeißen wollte, stellt er im Punkt 8 Interview fest. Sein Vater war der Antrieb, um nicht aufzuhören. Ich habe seinen Rat befolgt, weil jeder Ratschlag von ihm mich in die richtige Richtung gebracht hat bis heute, sagt Sam. Der Finalsong, Don't Let Me Go, habe dem Sieger geholfen, mit dem Tod seines Vaters besser zurechtzukommen und eine Verbundenheit zu ihm zu spüren. Sein Durchhaltevermögen hat ihm den Sieg eingebracht. Realisieren kann der Sänger dies aber noch nicht. Tatsächlich ist das noch gar nicht richtig verdaut, sagt Sam. Er weiß noch gar nicht, was alles um ihn herum passiert und ist noch überwältigt von dem Finale. Ich strahle, weil ich darauf hingearbeitet habe und möchte, dass das weitergeht, erklärt der DSDS-Gewinner. Ich strahle, weil ich mich nicht mehr überwältigt habe, weil ich mich nicht mehr überwältigt habe.